In jedem Mädchen steckt das Potenzial, die Welt zu verändern. Ich bin mit sechs Geschwistern aufgewachsen und weiß, wie es ist, zu teilen und sich zu unterstützen und wie es ist, wenn jeder dieselbe Chance bekommt. Doch viele Mädchen bleiben auf der Strecke und kriegen keine faire Chance. Gemeinsam können wir sie stark machen und ihnen helfen, in der Welt gesehen zu werden. Werde Pate mit World Vision. Werde Pate mit World Vision.